Direkte Sprache. Ich lese auf Stund ein Krimi von Italienern, der handelt in Sizilien. Ob Italienisch oder nicht? Nein, Italienisch kommt das demnächst. Aber es ist so übersetzt, dass ich genau den Italienisch gut höre. Und dann weißt du, genau so Protte, wo direkt und das dann in die, ob Sizilianisch oder sowas ist. Und Italienisch, wo die Lüe braucht. Ja, ja. Die Sehne, danke. Kommt direkt auf den Tunnel. Ja, und so. Ich lach niemals gefunden, wo wir das dann haben. Und alle Sprachen haben doch ihre Dialekte und ihre, sagen wir mal, Akzente, nicht? Die Bünd. Auch prächtere Umgebung. Ja, und prächtere und Lebensgefühl auch, was du auch da seht. Ja, 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 ja. Und das Wetter nicht lange. Akademisch Römer mag nicht, dann geht der Brunskriss von der Film. Ja, und du bist fort, wo du mit am Aus. Ja, das ist natürlich auch eine Sprachphilosophie, wenn man das so zusammenpackt und du hast ja immer dann auch in den verschiedenen Sprachen auch das Gefühl entwickeln können. Ja, das kann ich ja gar nicht. Plattdeutsch, Hochdeutsch und dann ist ja auch keine Dornen für mich, ne? Ja, aber das geförgelt, was du achter seht, zum Beispiel kann ich sagen, ich komme in Italienisch voll mehr Wären als in Deutsch. Wären? Ja, also gegen Kräuten. Ja, gegen Kräuten, ja. Also wenn zum Beispiel, wie weiß ich Pörs, in Italien, da kann ich aber so, kann ich auch Platt auch besser, aber auf Deutsch nicht so gut. Das ist ganz interessant. Holst du die mehr Trüge? Ja, Deutsch hau ich mir mehr Trüge. Ja. Da bin ich vorsichtiger. Ist wohl. Ist wohl. Und zum Beispiel, die Holländer, die holländische Sprache ist auch voll direkter. Voll direkter. Ja. Voll direkter. Also, das merkst du jetzt sofort, ne? Wenn du da mitkommst, dann musst du nicht lange rumfakkeln, doch. Ja. Da gibt es fort was, ne? Ja. In welcher, jetzt mal, fällt mir spontan hin, wie habt ja du und sie. Ja. In welcher anderen Sprache hättest du das dann noch? Also da hättest du in der romanischen Sprache hättest du das alle. Och, 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 wisse, wisse. Ja, ja. Du und sie. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber, dass wird die letzten Jahren immer mehr so, dass die die auch mehr duzt. Ja. Ja. Also in holländischen auch, och, in italienischen auch mehr, aber das ist doch noch die... Das ist ganz interessant, dass, wenn du einen Doktor hättest, ne? Dann kannst du die anderen alle duzen. Aber du siehst die. Ja. Ja. Das war's für heute.